. 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 Oh nein. Wie sollen wir ihn von da runter bekommen? Wir kommen da nicht ran. Wir schaffen das schon, Papa. Nimm mich einfach auf deine Schultern. Ah, sehr gut. Tolle Idee. Oh nein. Oh, das war wohl nichts. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Super, Leo. Das hast du gut gemacht. Tja, ich hab ja gesagt, wir schaffen das. Bei deiner Arbeit war es lustig, Papa. Aber zum Spielen geh ich doch lieber mit Mama auf den Spielplatz. Da hast du recht, mein Mäuserich. Gut gemacht. Seht nur, nach eurer Kletterei sind eure Frisuren ganz durcheinander. Yippie! Ich will lieber nicht damit, Lilly. Das braucht Papa noch dringend. Es sieht so aus wie ein Spielzeug, ist aber keins. Ihr hattet wohl einen aufregenden Tag. Das kann man wohl sagen.